Ich bin mega aufgeregt, weil ich mache ein Lied, ich scream die Bross. Aber ich weiß mit welchen Parten. Nice! Luigi kann fliegen? Das ist gruselig, Freunde. Ein anderer Charakter? Ein anderer Passagier? Äh, Kissen. Toad. Luigi, Hund! Was ist das für ein Ding? Ich kenne das Spiel, ja, aber ich sage es euch nicht. Es ist aber auch klar, denn das Spiel ist neu. Wie soll man das schon wissen? Wieder heiß. Ich weiß es natürlich schon. Ich habe das Spiel schon durch. Schuiss! Immer sterbe ich da! Nein! Was habe ich noch falsch gemacht? Aaaaaaah! Achso! Scheiße, ich bin gestorben! Schade. Oh Mann! Ey, die töten mich so richtig hart, ne? Wer es schon gesehen hat, ich bin ein Mädchen. Und ich habe hier sehr viele Fahrer freigeschaltet schon. Ich werde jetzt meinen... Au! Ich habe auch noch mein Bein umgeknickt. Aaaaaah! Ach, egal. Hat dir das nicht wehgetan? Noch nie, Leute. Ja, ich bin erkältet. Das war ganz super witzig. Was sind das denn für behinderte Drecksschweine? Okay, das mit Drecksschweinen meine ich nicht so, okay? Ich bin ein Drecksschwein. Tschüss! Äh, Tablet ist alle und... Deswegen muss ich so behindert aufnehmen. Hallo? und heute ist endlich was soll ich dazu sagen ist geil und man hört sogar die eisbälle also hier in diesen jocons und das tut man richtig richtig dass da es zappen worden sind erkennt ihr das hier dieses hier wo man einander so drauf drückt und dann alles zerplatzt außer der hand nicht geplant der platz ja auch nicht richtig aber es bleibt halt man hat sogar bestimmt das klicken das klicken aus der werbung hallo und jetzt kommt so ein video heute spielen wir mal super mario maker im online modus bowser prisen oder preisen keine ahnung was das jetzt heißen soll ich kann kein englisch ok hallo hallo hatte von dem ist das level ah ich hab schon gesagt das ist von somtendo ist es aber anscheinend war nicht ist es von irgendein japaner japaner ist ok werde ich auch hinkriegen weg damit das ist das ende ich spiele aus der wie judas war es auf der wie nicht klappt weil das ist ein bisschen früher das ist ein bisschen früher gemacht worden also es ist ein bisschen später gemacht worden aber auf jeden Fall ist das spiel von 2007 2007 geht in meiner wie nicht meine spiele also meine spiele gehen nur von also nur von früher also von 2005 und 2006 früher geht natürlich auch noch aber 2005 und 2006 sind die üblichen spiele die man auf der wie spielen kann also so ist es mir erklärt worden weil ich so eine festplatte habe und die festplatte die zerstört oder die wird zerstört wenn man ein spiel oder so neuere spiel nach 2006 in die wie rein macht wir fangen an aber die cute scenes die sind schon geil in diesem spiel richtig geil aus das ist doch das ding von peach was in der hand hatte ich leihre dir das sternkind luma danke dass ich jetzt endlich meinen namen weiß hi luma bist du dumm wir müssen sternringe immer sammeln um einen neuen sternring zu bekommen erste frage wie viele abos und abos willst du erreichen ja wenn es geht irgendwie so 1000 oder so zweite frage soll youtube mal dein leben bezahlen nein look at you you who are once so proud go now and never return vierte frage macht dir schule spaß nein no time to read the list approved also fünfte frage was willst du mal arbeiten das weiß ich noch nicht so genau das überlebt überlege ich mir noch sechste frage wer ist dein lieblings youtuber pixel kraft könntest du mich mal in irgendeinem von deinen videos erwähnen heute kommt das beste infovideo der welt alles klar heute gibt es ein unboxing oder auch nicht aber mit coolen haaren die ich erstmal hochstylen muss mario kart 7 auf dem nintendo von meiner schwester der liegt ungefähr da 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 ich weiß nicht wo und das war's auch von diesem video tschau, nein, tschau, tschau, tschau. Äh, nein, ich muss nur noch was erwähnen. Es gibt Video Shop, Video Shop, Video Shop, Video Shop. Es gibt Video Shop, Video Shop, Video Shop, Video Shop, Video Shop, Video Shop. Und tschau. Warte mal kurz sagen, Stiefel putzen. Heute Nacht kommt der Nikolaus. Also das bin ich. Also ich hab da schon Namenstag. Ich heiße ja Niklas. Und das hängt ja ein bisschen an Nikolaus dran, ne? Nik, Nikolaus, Nikolaus, Niklas. Und im Englischen heißt der Nikolaus, Nikolaus mit K geschrieben. Mit K, ich werde ja auch mit K geschrieben. Ich erwarte sie dann am Kissenschloss, ja? Ah, wir sollten uns auch dahin begeben. Ja, ich will auch hinzuher kommen, ihr dummen A... Oh, das Spiel ist einfach geil. Diese dumme Lache wieder mal. Da wird irgendwas Schreckliches sein. Sehen Sie, wie hungrig sie sind. Sie hungern nach frischen Toads. Ah, lecker. Ah, lecker. Ah, ah. Master Mario. Mario, pass auf. Mario, pass auf. Mario, pass auf. Okay. Und ja, wir spielen uns Super Mario Galaxy 2. Es wird noch einen zweiten Teil von einem Abonnenten-Special geben. Ich muss erst mal schnell was ändern. Essen! Ja! So Leute, das war es dann auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke und haut rein. Oh. Wartet. Es gibt noch einen Clip, den ich euch zeigen möchte. Was, wer ist da? Was? Aus. Ja! Ha!